Auch wenn ich es im letzten Part schon mal gesagt habe, aber das Spiel lässt mich im Moment einfach nicht locker. Ich bin Shazordino5 und das ist Sonic und der Schwarze Ritter. Yo, wir machen uns jetzt auf zum Boss und zwar... Ähm... Hä? Natürlich auch ein alter Knuckles-Beam. An act most unwise, my friend. Wait, wait. I'm not trying to pick a fight with you. I was heading to a cave to save some people from a dragon. Ah, you cannot fool me with your lies. No doubt you're after the dragon's treasure. Oh, man. You sound just like that knucklehead, too. You have defied King Arthur. This place shall be your grain. Wow. Knuckles dreht durch. Der will uns tot sehen. So, Gawain. Okay. Gawain. Oh, Doppelschwertstil. Oh Gott. Der rastet aus. Oh Gott. Der rastet aus. Oh Gott. Der rastet aus. Oh Mann, das sollte so schön klappen. Ich bin nicht der rastet aus. Oh Gott. Ich bin nicht der rastet aus. Ich bin nicht der rastet aus. Du rastet aus. Oh Gott. Oh Scheiße. Okay. Nochmal. Ich bin nicht der rastet aus. Das sieht ja mal... Der tippt ja mal total aus. Aber das ist irgendwie typisch nackt. Ich bin nicht der rastet aus. Okay, das finde ich geil. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Turan-Frau ist. Wo ist er? Da! Okay, zack! So, hohoi! Sorry, Knuckles. Das musste... Was, nur ein? Oh, komm! Also, wie das laufen muss... Ich habe keinen Plan. Was? Scheiße, das habe ich nicht gelesen. Bronzene Axt! Diese Zerstörungskraft in dem Gewicht. Wow! Gabel-Medaille, dann werden wir ihn ausgerüstet. Muss ich irgendwann mal ausrüsten. Ich will mal so eine andere Mucke haben. Whoa. To lose to a mere apprentice. Ich bin begrüßt. Nur Death kann das Stain von meinem Honour entfernen. Gib mir eine Pause! Was ist mit all dieser Drama? Silence! Silence, ich sage! Ein Knight, der der König der König ist, nicht zu leben! Ist nicht mehr zu sein, als nur ein König zu sein? Huh? Ich bin weg. Ich glaube, jetzt denkt Nackelkopf erst mal richtig nach. Eben, die neue Mission ist zur Verfügung. Kristallöle, neue Mission steht zur Verfügung. Als hätte ich es geahnt. Was haben wir hier? Perfekte Treffer, Einführung. Das klingt wie ein Tutorial. Perfekte Treffer. Okay. Habe ich das... Ich glaube, das habe ich irgendwie gelernt, glaube ich. Perfekte Treffer. Hä? Bei leuchtenden Schwert während der... Okay. Da brauche ich auch ein bisschen Soul-Ice. Ah, wenn die leuchtet! Das sind perfekte Treffer, also. Verstehe! Wow! Was zum... Teufel... War das?! Wow! Buch der Pflanzen. Hiermit lassen sich Pflanzen leichter bestimmen. Okay. Pflanzen. Anteil der Bestimmungspunkte leichter... Uh! Peak Ass. Okay, das sind also perfekte Treffer. Zu wissen. Kristallhöhle. Erreiche das Ziel. Oh, das Spiel lässt mich einfach nicht locker. Dabei müsste ich jetzt eigentlich schon länger mal rendern und hochladen. Aber das lässt mich einfach nicht locker. Und es ist immer noch Montag, wo ich das hier aufnehme. Ach, egal. cool rein! Wohoho! Okay. Los geht's! Oh? Einfach durchbrechen. Nee. Nee. Hallo? Du willst... Gott, du will mich doch. Ach, kann ich mehr mit dem reden? Okay. Ich sehe unsichtbare Wand, wie Mario auch hat. Super, jetzt ist sie schon bis hierhin vorne. Vorgedrungen. Ja, aber allein schon die Umgebung. Das sieht so Hammer aus. Oh, ja, stimmt. Ja, ja, es kann nicht sein. Das ist auch so schwer. Ich lasse mich doch nicht von einem Schwert forschen. Okay. Oh Gott. Ja, was hast du denn? So viele Pfeile. Nicht ein bisschen übertrieben. Ah, so, okay. Okay. So funktioniert das. Ich war sowas, ey. Wieso stelle ich mich manchmal so doof an? Ja. Ey, warum? Bäh. Das ist ein Heldermäuse. Von der Umgebung her ist das super geil geworden. Wow, Alter. Nervt mich nicht ab. Boah. Das ist ja mal echt. Ich bin immer so die ganze Zeit so sprachlos. Also, tut mir leid, Leute. Wenn ich jetzt so ein bisschen sprachlos wirke, aber... Was ich ja auch bin. Aber dieses Spiel, das fesselt mich einfach irgendwie auch. Boah. Bislang bereue ich es nicht, es als LP angefangen zu haben. Wow. Aua. Das tut weh. Also, es ist echt... Die Sega braucht nicht mehr so eine Scheiße wie in... Die gehalten... Du Arschloch! Witzu denn? Nerven oder was? Äh, also... Er ist hier rum und schmeißt mich runter. So auf dem Motto, ey, ich bin groß. Ich darf das. Ähm, ein bisschen Zeit habe ich noch. Oh, Mann. Das ist es. Und nochmal. Tschüss. Mission geschafft. Wuhu! Uiuiui. Ah, Kristalle neue Mission. Das hätte ich mir irgendwie dann gefallen. Ähm. Du, Aquamarine. Eisenklumpen. Strahlenschwerde. Ne, wir brauchen mal mit. Kaninchen-Sch... Schanz auf Schatzfund erhöht. Okay. Ich sag nix. Ich sag nix. Jetzt bist du auf der... Rette die Stadtbewohner. Ne. Das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Bis dahin. Ja, Leute.